Hallo aus Hieraklion, ich wollte euch mal so heute ein bisschen hier die Weihnachtsstimmung durchgeben aus Hieraklion und ich filme hier so ein bisschen auf den ganz zentralen Platz hier am Brunnen. Sehr sehr viele Leute, so die letzten Shopping-Angelegenheiten vor Weihnachten wird hier hier morgen gefeiert und ich wünsche euch allen ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest, bleibt gesund und viele liebe Grüße aus Hieraklion hier auf Kreta. Hallo aus Hieraklion, wir sind hier in der Hauptstadt der Stadt Hieraklion und wie Sie sehen können, viele Leute sind um die letzten Shopping-Angelegenheiten vor Weihnachten. Und ich sende euch viele Grüße aus hier, genüge den Weihnachten, bleiben gesund und viele Grüße aus Hieraklion aus Hieraklion. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020